und willkommen mein name ist an die heute nicht bei euch zurück zuletzt bei taser versperia die definitiv edition und ja wir sind immer noch hier im abwasser kanal des versprechens okay wir gehen mal weiter krieg ist ausgebrochen mehr oder weniger im letzten part und wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter herum wir müssen immer unseren solatia näher aufladen unser mikrofon mit dem monster und ziemlich angreifen das habe ich glaube schon mit mir vollkommen sonst hochgestellt ist das schon wieder was neues schwächeres effekt okay das macht keinen sinn jetzt haben sie nicht ab obwohl er licht ist geld ich brauche geld auch ehrlich gesagt geld ja ja wir machen ein paar kürzerer parts jetzt also nicht mehr eine stunde oder irgendwie sowas sondern so halbwegs 40 50 minuten weil ich möchte die parts regelmäßig hochladen und das habe ich manchmal nicht weil ich weiß nicht wenn ich irgendwie so stundenlange part so klar muss irgendwie jeden zweiten tag aufnehmen und damit ich halt im vorrat habe durch jetzt ein paar kürzere parts machen ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr zeit und nicht mehr so viele projekte ich habe doch schon noch viele projekte aber nur zwei er dürfte ja zu schaffen sein auch auf gott zum bekomme ich gerade gespeichert wir haben jetzt hier schon wieder so extreme kämpfe so was ist euch und dann greift mich an du bist dann kann ich da nicht ungesiegbar sein wenn sie lange so sehr ist auch voll kacke die gehen halt wieder auf miche was da war was da haben die gar nicht so viel apd sind mit ein paar stregen oder ledig machte ich habe es auf diese strategie zur zurückzugreifen da kommt danke war ich mir die flosse alter aufhören 100 herzustellen da bringt es irgendwie nicht wir kriegen dann nur ein kp oder so was jetzt schon wieder nicht macht der richtige weg hier ist naja aber ich gehe wahrscheinlich wieder in richtigen da habe ich habe ja die beiden reingewechselt habe ich schon gewundert ja auch von der kipps hat einfach nicht da habe ich dachte ich war hier voller weil ich bin auf fünf level heißt sie die machen wir jemals aufhörig hat ruhe was auf ist das stoff ich habe genug von den gegnern hier und reden sie warum kriegten jetzt hier noch materialien ich nehme an irgendwie links ist falsch also gehen wir mal daheim wieder aufhören dabei schon genau und hier jetzt runter hier geht es nicht runter aber jetzt schon meine war schon von weg aber gut dreck was das was das wenn ich reichen ich bin ja abgerufen passt auf ja alles klar euch noch gar nicht die sechs für sieben arzt einsetzen nicht so der mann mystische arzt wird irgendwann geben wer wer da haben wir nicht da auch abgebrochen werden wir ja gar keine lust drauf haben schauen man könnte mich da ruhig hier um siegbar machen bei den super tappen dann wollen wir hier ich vergesse mal ich hab machen kann da hätte ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen ne oder links war der sarkasse ja meine ich hoffe wenn ich koche tun dann haben alle charaktere wird bekommen nach dem kampf wenn ich nach dem kampf durch nach dem kampf an esse ich wollte noch nie so oft abgebrochenen angriffen wie in diesem spiel das hat war musst du dich ausgerechnet jetzt umdrehen gibt es halt einfach nicht das ist ja nicht irgendwie mein angriff irgendwie ignorieren kann auf das andere ich ne danke danke wir kommen genauso viel erfahrungspunkte wie jeden anderen kampf bisher da wird ja echt nervig an das gefühl habe ich mal ein bisschen hoch podium ja ja ich 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 ja ab ist euch oh mein gott weil ich versuche mal zu ploppen ok ja heilungs dingen bitte ja ich habe schon gewohnt haben die ganzen zauber sind aber sie war gar nicht drin hier er hat sich speichert wir haben ja alles gefunden gesehen und sohn barbos garziton ist kattel machinu higaschino sakaba schottakura da shinobi kumoto ja ja hat na gut jetzt keine selbstbildung gestellt an der theke diese gemälde sind auch draußen steht der name auf sakura aber dann wie einer der macher von tales of serie ein bisschen doof dass hier keine machen hingestellt haben ich da amateur arbeit wenn ich mich fragt okay ja er war ja schon mal getroffen ja 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 Das war's für heute. Ja, wir kommen gleiche Tabo. Wie war das? Also, was er mit dem Lied? Achtung. Das machte mich in den Lied. Ich kann mich nicht ausführen. Was ist das? Ich kann mich nicht ausführen. Ich kann mich nicht ausführen. Was ist das Art? Ich kann mich nicht nachdenken, was ich nicht zu verdienen. ich bin einfach schrecklich ich stelle mir einfach so vor wie jedes mal wenn er sein ding weg wirft irgendjemand in den kopf kriegt busfahrer also müsst ihr nicht verstehen es ist ein insider von mir und welches mich ja der projekt sowieso nicht guckt aber trotzdem bachどもみ動いたかこれで邪魔などんもキスランもボロボロになり果てるぞ まさかユニオンを壊してドンを消すために シーランがボロボロになって 誰が帝国を守るんです どうして なるほど シーランの着席かにジョージで ヒョーギ会が帝国を支配するってカラクリね はい 全てリターンを押して ユニオンを組み辱すると なんてこと シーダントユニオンの友達をか フレントの言った通りだ 今さらしてどうなると どうあがいたところで この戦いは止まりない フレント was hier ausgeht was ja jetzt gibt es auch die fresse sagt er ist aber von schwert von irgendwie verspätet auf den zu geflogen das kürzer 10.000 was da Was Was wenn die und ihre aggressione was ich von allen getrennt wir haben uns wirklich so getrennt für eine weile katz ihn oder auch nicht oder doch ein bisschen komisch ob sie die aber die barriere von der stadt zerstört das war irgendwie komische zieht ja das voraus ach wir sind in der wüste in diesen einen turm okay machen wir auf einmal kaputt jemand ging das gesicht bekommen ich nach der barriere feuerball abgerufen hat aber ich bin mir so ziemlich sicher ich weiß wer in den klamotten ist so klinge nein ja genau ich habe gerade mit einem schlag erledigt ich hoffe okay da kommt sehr wehtun alter wie ich diesen kampf gewinnt ich glaube nicht sind ein bisschen viele ja vor allem wenn ich einmal ja anreifen da stellt sich gar nicht mehr aufladen sei nämlich kurz um verwundbar macht ich glaube ich habe jeden kampf gewinnen muss doch muss ich aufladen weiß nicht genau wie aber wann aber wenn ich ein paar sekunden nicht im kampf bin das war zwei ledig das spiel ist nicht dafür gemacht hat man gegen mehrere gegner auf einmal kämpft nämlich fragt wenn ich das spiel kenne muss ich diesen kampf sogar gewinnen oder naja das spiel ist wirklich nicht so nach ausgelegt wird so schnell gestand und so oft und von man hat keine zeit sich irgendwie zu erholen davon wenn die angefalle sehr schlecht abgeteilt sind dann kann man gar nicht mehr entkommen nämlich fragt na ja jetzt haut der ab dass wir verarschen das ist ein für 200 erfahrungspunkte schon drach mit mir ja ich wusste ich habe sowas von gewusst ich habe schon keine ahnung vom intro ja gedacht ich habe meinen alten mann Ich bin nicht so, wie ich es will, aber... Ich habe keine Worte mehr für mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt, weil ich mich gefühlt habe. Das stimmt. Ich habe mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt, und dann war ich in Walvo's Blastia. Ich habe mich nicht gefühlt, aber... Ich habe es gut. Ich habe bestimmt einen anderen Grund. Na. Na, noch einmal ein wenig? Ja, das war die Brastia des Räufigen. Das war ein Problem. Was? Das ist nicht wirklich eine Hand. Na, dass ich das Hand schnell verletzei habe. Ich glaube, dass man sich das Hand nicht verletzen kann. Dann sollten wir uns aber ein wenig an. Was? Eh.. Ich bin schon sehr gut. Dann, ich bin jetzt ein Geist. Ich bin Jury, Jury-Royel. Ich bin Jury. Jury? Jury? Das ist einfach zu sagen. Dann gehen wir weiter. Was? Ich bin auf die Blastia. Ich bin da. Und du? hat wird auf jeden fall hat sich darüber angeschlossenen rüstung hat für eine rüstung ok ich habe noch keine waffe kann man nicht aufrufen das ist ein heilungsdingen cool das war ein neues team mitglied und der man noch nicht sehen können sie ist aber 28 habe ich gesehen ja ich habe schon gedacht dass sie es ist vom intro her den ganzen und sohn nach der tat ja auch eine lanze gehabt lang des lebens gut ist kommen aber noch sie sieht schon als sehr attraktiv aus und ich habe jetzt nicht ich habe schon wieder vergessen wie er sie genannt hat eine raste sich nehmen an das ist so sind so alt die elfen von diesem spiel über elfen sind ja sehr kommen sie auch vorhin teils auf spielen irgendeine art und weise duke nate konasaki no kohle davon so salarling e-ar-nose ich habe noch ein ob es oいつ war o schareって nach wachschlagte so go Oh Miss XSF2 Starke Bande. Okay, schon wieder irgendwas. Ich habe jetzt gar kein Feuer mehr schießen. So warte. Wieso klappt das nicht? Von der Seite klappt das nicht. Oh, das war's. 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 Strategie ändern. Fliegende Gegend. Freie Wahl. Nichts verwenden. Nicht verwenden. Zielen. Alles klar. Dann zeigt mal Kriegspike. Rückschritt. Rolle. Erfahrungsanteil. Und Stiefel. Luftarzt. So wie Leia hat sie mehr so auf Luftkampf ausgerichtet ist. Mein Gott hat sie viel Verteidigung. Was sind ihre Werte so? Blastia Jägerin ist sie. Sie hat mehr Angriffskraft. Sie hat mehr Verteidigung. Weniger magischer Angriff. Mehr magische Verteidigung. Mehr Beweglichkeit. Sie ist in allen Bereichen besser als sie. Juri. Watt. Wann liegt halt einfach mal in ihrer Klamotten. 180. Ne. Da ist ein bisschen besser. Gött. Äh. Fertigkeiten. Okay. So wird noch voll viele. So. Abwehr. Ja. Cool. Man kann sie alles. Sie kann nicht heilen. Also können wir sie auch direkt spielen. Weil es ist ja eigentlich egal. Fertig mit einem Tritt. Auf den Gegner von Tal mit einer Lanza an. Ich bringe in die Luft und lande auf den Gegner. nach. Und nicht verwiesen. Für ein halbwegs. Weil. Okay. Weil ich schon. Sehen. Was. Also er. Einfach nur so ein kleiner nix. Eine voll aus. Vor allem ausrasten. Da kann ich jetzt. Nö. Hier geht es nicht hinaus. Wer bist du im Shop? Ja. Da ist wie ein Octopath Travel. Einfach so in der Dungeon. Äh. Ja. Ich glaube ich brauche hiervon kann ich irgendwas herstellen. Da sehe ich jetzt alles nicht. Neu. Ne. So da ist weil ich jetzt nur Uri dabei hab ne. Ich kann noch nichts herstellen oder so. Wie geht's mit Waffen und so aus Rüstungen. Helme. Ledermantel. einiges gewand also wieder andere stiefel weil sie trägt stiefel als waffen und dann noch mal stiefel kann sie ausristen ok kochen muss ich auch noch umändern nicht aber nur die beiden dann machen wir mal es weg hier ja so b wäre gut sein wird wenn es mal alles mögliche erlernen pulling juri kann also nicht gut ich gucke noch mal was hier oben als ist wahrscheinlich gleich wieder runter gehen ja Jauh緑は強力よ 通常のオーバーリミッツの時より強い力が使えるの なんかよくわかんないけど そう 戦っているうちにはかるんじゃない a さっきを急ぎましょう ああああああああああああ das einmal ich sehe jetzt immer noch nicht nach derzeit mal drauf hast du jude ich glaube ich will erst mal auf die hier ja ja ich habe nur zweimal an und sie lernt natürlich erst mal wieder ein paar sachen mehr weiter der ist gleich tot wir sind schon wieder passiert wir kriegen ja voll auf die fresse gerade alter alter jetzt schon wieder passiert aber da muss ich sagen wir den band hier und ja gucken wir mal wie beim nächsten part weiter gekommen weit hatten schon wieder dankeschön fürs zuschauen und tschüss ja 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 ja